Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem DeCycle Video. Mit dem lieben guten Rob von Absturzzock machen wir Fortuna 3 unsicher. Hallo, ja und natürlich auch bei mir auf dem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu DeCycle, hier heute mit der lieben guten Anne. Hi. Die haben ja jetzt immer schon so viel gelobt in den letzten Videos und haben gesagt, dann nehmen wir sie mal mit, dass ihr euch mal davon überzeugen könnt, was das Mädel drauf hat. Okay, ähm, tschüss. Nein, die Laura kann leider nicht, weil die lädt was hoch, hat sie geschrieben. Also liebe Grüße an der Stelle an die Monster. Die Monster. Und darum machen wir zwei das heute. Richtig, so sieht's aus. Was gibt's denn Neues, Anne, bei DeCycle? Neue? Äh, eigentlich jetzt, ich weiß ja nicht, was du jetzt mit neu meinst. Meinst du die Karte? Meinst du den Fortuna Pass? Die Karte, die am 22. getestet wird? Die meine ich. Die meinst du? Ja, am 22. ist von 5 bis 11 Uhr, 6 Stunden lang, ist Playtest von der neuen Map, von der neuen DeCycle-Map. Map 2 heißt das Ganze? Map 2. Noch heißt sie Map 2, aber sie wird bestimmt einen anderen Namen bekommen. Denk ich auch. Aber es ist ein cooler Name. Map 2. Map 2. Ne? In DeCy gibt's dann so ausgefallene Namen wie Livonia, ne? Und bei Cycle wird das Ganze schön praktisch. Für jedermann. Map 2. Map 2. Punkt. Das ist sie. Ne, ich denk auch, also die erste Map heißt ja Fortuna 3, also der erste Planet. Genau. Auf dem wir jetzt gleich landen werden, wenn die Anne mit Sicherheit gleich die Map so starten. So, ja. Tut sie. Und Fortuna 3 heißt dieser erste Planet, den ihr jetzt schon ein paar Videos oder auch bei der Anne im Livestream kennengelernt habt, ne? Übrigens jeden Montag, Anne streamst du das Cycle? Jeden Montag. Jeden Montag, ne? Im Wechsel mit Monster Hunter World. Ja, so wie ich gerade Lust habe. Genau. Aber Montag ist Schontag bei mir. Genau. Und das Ganze seht ihr auf Twitch.TV. Also einfach mal, unter dem Video habt ihr den Link zu Annes YouTube-Kanal oder hier oben in der Infobox habt ihr auch den Link nochmal zur Anne. Da geht ihr einfach drauf. Und dann bei der Anne in der Kanal-Info findet ihr den Link zu Twitch.TV. Und zum Rob. Und das ist eine ganz schön linke Sache, was du da machst. Ja, das ist ganz schön link, ne? Apropos Link. Wir müssen jetzt den Ab-Link stoppen. Hä? Siehst du das schon? Ich bin da noch gar nicht. Ich bin schon im Match. Ich spiele schon. Siehst du, siehst du nur bei mir im Video? Ne, Spaß. Ich bin noch in der Match-Suche. Ja, noch ein Stück warten. Das hat wieder einer verlassen. Also unten stand gerade 20-20, jetzt ist 19 von 20. Da hat einer gesehen wahrscheinlich, AK-Anne spielt mit und hat sich gedacht, wow, 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 wow. Du bist ein Quatschkopf. Vorsicht, Vorsicht, da spiele ich nicht mit. So, was machen müssen wir heute machen? All die Geheuler mit Pistolen? Kriegen wir hin? Mhm, da kriegen wir definitiv hin. Lauberer mit Pistolen und skrupellose Boss-Faktoren jagen. Genau. Die sogenannten Skrubels. Kriegen wir auch hin. Ich hab heute schlechte Wortwetze, also heute ist aus. Naja, es war schon schlimmer, schlechter, schwieriger. Maximus los, geiler Name. Warten, ja, hier drüben, ne? Es war echt schon mal schlechter gewesen. Also, ich hatte ja mal bei Assassin's Creed Odyssey, hat mich so ein Rudeltwölfe angegriffen, ne? Und da sag ich doch tatsächlich Wolfgang. Ja? Wow. Eine Betonung auf den Wolfgang. Das war bisher mein Tiefpunkt an schlechten Witzen. Bäh. Hab ich mich selber geschämt und mich entschuldigt. Aber wenigstens hast du es eingesehen. Ja, Anne, sofort. Sofort eigentlich. So. Neue Kontraste gibt es. Ja. Also ihr seht schon, ich spiele den Kriegsanzug und die Anne spielt Rutschen-Schleuder-Kommando. Oder so. Na, so, ganz schön langsam. Ja, na, das... Du bist wirklich ein bisschen schwerer als du. Lade nach. So. Waschmaschine ist übrigens fertig. Ja, ja. Nice. Hast du denn für einen hübschen Cowboy-Hut auf den Kopf, Anne? Naja, hab ich wahrscheinlich auch schon. Habe ich den auch? Nein. Ich habe den noch nicht, ne? Den hast du noch nicht. Ich habe nur so schwarze Haartracht. Oh, ein Leafman. Ein was? Ach ja. Ein Leafman. Ein Blatt. Geht nicht, okay. Der ist ja süß. Nein, schluss nicht. Der ist ja... Den kann man... Okay. Ne, den... Oh nein. Hast du auch Leafman? Nein, ich habe aus Versehen geklickt. Ich bin abgerutscht. Ach so, ab... Mhm, natürlich. Ja, ich bin abgerutscht. Puppala. Oh, machst'n du hier? Einen schweren? Was ist denn das für eine Stärke? Äh, ein schwerer. Oh, cool. Keine halben Sachen hier, Anne? Nö. Na, wenn schon, wenn schon. Wenn man einmal im Raum ist. Ja, ne? Warum umdrehen und zurückfahren? Richtig. Sag dem Wunder. So, wo kommen die Nächsten? Und dann... Na, pack mit dir. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Ja, so. Ich spiel... Also jetzt, wenn... Wenn das Video dann erscheint, dann spiel ich ja bereits... Dann spiel ich bereits Star Wars. Sehr gut. Ach, da. Von daher passt das piu, piu. Na? Ach, ich wäre fast... Guck mal, ich wäre fast draufgegangen. Oh, ja. Das wäre echt nicht so cool gewesen. Das wäre echt doof gewesen. Das wäre richtig doof gewesen. Ich so am looten, weißt du? So eine Gefechtskuppel aufgehoben. Die habe ich aufgehoben. Oder waren zwei da? Es waren bestimmt zwei da. Ah, ich bin seine Hände weggeklaut. Was ich ja auch ab und zu gern Mama. Ja, ne? Obwohl, ich habe es da unten gar nicht angezeigt. Also, du wirst dich schon geholt haben. Hupala. Ah, ist gut. So. Pam, 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 pam. Na? Piu, 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 piu. Noch einer? Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Seltzoo. Na. War kein Frosch. Oh, kommen ja noch mehr. Hm, schwer. Hallo, Freunde. Was ist denn das eigentlich? Hier ist wieder was. Zieh mich mal dann auf. Das war echt doof. Merke, wenn du eine Gefechtskuppel hast, ähm, macht das auch, äh, im Gefecht, ne? A, Tier-Schaden, na, A, Tier-Schaden und B, dem Ernst-Schaden. Echt? Mir hat das auch Schaden gemacht? Ja. Ich kann hier nicht hochspringen. Jetzt. Und natürlich oben drüber gesprungen. Na. Nochmal. Ich rast's ja grad aus. Jetzt. So. Na. Nach oben, würde ich sagen. Er hebt das Ding auf. Jetzt hab ich's. Okay. Sorry, Leute. Ich, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz da. Oh. Was sind denn das für Druidikas hier? Ja. Ach, wir machen einen Uplink. Eine Anlage. Eine Anlage, Entschuldigung. Da unten sind Zeckeln. Pam. Oh, Zeckeln. Pam. So, ich geh mal hier runter. Ich mach mal den, den letzten hier. Machst du den letzten an? Ich mach den letzten an. Dann fahr ich die Anlage hoch. Ja. Na, wenn du bereit bist. Oh, wir lagen gerade jetzt rum. Deswegen holt du da runter, ja? Hm. So. Verliegt noch was. Jo, wird hochgefahren. Yeah. Ich hab mit Polariumkristall gefunden. So. So. Okay, ich hab hier noch ein paar Tierchen. Hm. Du machst das schon. Na, ich hab den Revolver, der bin ich gerade geworden. Ah, ist schon fertig. Ich muss sonst. Muss ich wahrscheinlich. So dran denken, dass ich dann auch wieder umswitche auf die Pistole. Oh, da hinten ist noch so ein Roboter. Also ich hab hier noch Besuch. Na, aber du kannst nicht. Ja, ich mach schon wieder. Ich komm zu dir. Ich komm dann zu dir. So. Lauf ich mal hier lang. Eine Wash-Maschine gemacht. Nice. Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu. Piu-Piu-Piu-Piu. Lübschnecke. Piu-Piu-Piu-Piu. Piu-Piu-Piu-Piu-Piu. Immer schön auf den Kopf ziehen. Wo bist du? Da bist du da? Ich würde gern... Hier! Hier ist noch heilende Aura, die kannst du gerne nehmen? Ja, gerne. So, muss ich jetzt mit Q aufheben, muss ich dran denken. Ach, ich kann sie schon gar nicht mehr aufheben. Ich bin voll. Scheinbar. Weißt du schon E und Q, ne? E und Q, aber mir wird nur E angezeigt. Also Q wird nur nicht angezeigt. Kann sie aber auch nicht aufheben, die heilende Aura. Tja, wer weiß. Wer weiß. Wieder kaputt gemacht. Ich hab das Spiel wieder kaputt gemacht. Piu, 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 piu. Ich hör's schon. Ja, ich brauch die, die Squad, äh, die... Laura, Laura. Laura? Laura. So, und das ist jetzt die Manticore. Ich liebe dieses Gewehr. Oh. Also ich, ich mag's. Ne, kann ja nichts, aber wenn man Waffendieb wird mir sofort in so ne Ecke gestempelt. Oh. So. Na. Na, wer seid ihr denn? Ich brauch... ah. Bin schon da, Anne, bin schon da. Achtung, irgend von links anderer Spieler? Von links? Okay. Ja. Check me out. We're seeing you power up our facility. We're seeing you power up our facility. Thanks to the enemy, you get there. They were. We can't help you out. Die anderen Dinge? Mhm, eins hab ich schon. Aber irgendwo ist noch ein Grobo. Ja. Aufpassen, der andere wird schon gleich zu uns kommen. Okay. Eine Typ. Der Typhus. Typhus Typ. Ja, der die... Ja, da hinten... Der Typhus Typ rennt da hinten rum. Ja. Da, zwei Mann kommen zu uns, Anne. Hinter dir. Werden hier gleich hoch kommen. Da hinten sind sie. Guck mal. Hinter ihm läuft uns. Jetzt hat er kurz gekriegt. Und läuft er uns, ja? Ah, würd ich zumindest machen. Jaja, das ist hinter dir. Hinter dir, Anne. Da ist er. Hinter dir. Jaja, ich seh ihn schon, aber... Okay. Ich seh ihn jetzt. Aber ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast. Der braucht nicht mehr viel, es sei denn... Der heilt sich jetzt so. Jetzt seh ich denn grad nicht. Okay. Wo ist er? Ach, da hinten ist er. Er kommt vielleicht zu dir, glaub ich. Ehrlich? Jo. Denk ich mal. Bin bei dir. Jetzt kommt der zweite mal besser. Ah ne, ich hab ihn umgebracht. Nice! Hupala. Ja. Es ist nur noch der eine hier oben. Okay. Hier mal fix noch was. Hm. Oh, wow, 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 wow. Siehst du ihn? Hm. Wo versteckt er sich? Der ist hier hinter dem Ding, der hat zumindest gerade. Kann auch sein, dass er runtergesprungen ist. Ja, ist er. Ja, ist er. Da ist er recht klaug von ihm, ja. Klug von ihm. Ja, zu flüchten. Also Rückzug anzutreten, ne? Ist ja nicht flüchten. Haben wir das Ding trotzdem hochgefahren? Ja, ja, ne? Ja? Ja, ja. Oh. Da ist da einer. Ach so, nicht durch die Kuppel laufen. Okay, ja, der kriegt Schaden, hab ich vorhin gemerkt. Genau, gönn dir mal das Nest. Jo. Nestest du gegönnt. Okay, ähm, was ist als nächstes? Hatte der Spieler geäfft oder war der richtig down? Hm, der hat geäfft. Hat geäfft. Also kehrt der zurück. Jo. Okay, 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 okay. Ich denk so. Also wir hätten was mit denen nochmal zu tun bekommen. Bitte? Wir hätten was mit denen nochmal zu tun bekommen, denk ich mir. Ja, denk auch. Tschüss. Tschüss. So, das nehm ich hier mal mit. Ich will das hier wieder nickel. Ja, nehm mit. Hab ich dir das eingesammelt? Ich bin extra weggeblieben. Ne, ne, nickel, nickel. Alles gut. Hab ich gekriegt? Sehr gut. Was müssen wir denn noch für Aufträge machen hier? Ja, das ist hier. Ähm, Laserbohrer. Gucken, wo der, wo der andockt. Okay. Okay. Dann noch ein anderes Visier auf meine Gorgon machen. Mhm. So, der ist schon tot. Mhm. Die ist alles schon beseitigt. Nice. Ja, cool. So. Wo liegt der? Ach, da drüben ist der Laserdrill. Ein bisschen weit weg. Naja, wir müssen entweder hier hin oder hier hin. Du gibst was vor, ich bin nur mit einer. Ich folge dir. Das ist echt weit. Ah, und wir haben nur noch sieben Minuten, ne? Ja, wir können's probieren. Okay. Ich bin halt ein bisschen langsamer, ne? Ich bin ein bisschen schwerfälliger als... Aber auch eher hier hin. Okay. Okay. Ich werde allein nicht. Ich hab jetzt die Mantico auf Stufe 3, ne? Also komplett verbessert. Die heilende Aura habe ich trotzdem noch. Die lädt sich wieder auf. Was ich sehr cool finde übrigens, ne? Dass wenn du so ein Ding findest, dass es nicht nur einmal da ist. Brauche ich. Hm, ich brauche ich. So. Ähm, die anderen mach ich. Gönnt ihr die, die du brauchst? Ich suche natürlich für die eine Klasse. Hm. Ja. Nein, nein, nein! Oh, ich krieg ja noch Besuch, okay. Na gut. Hast du noch einer? Echt? Ne. Mal sagen, dürften eigentlich alle... ... gewesen sein. Ja. Haben alle bedient. Ja. Alle bedient. Ja, ja, ja. Weiter geht's. Dann gehen wir hier rein. Prospektoren auf der Reise. Das war alles das. Prospektorslust. Ist das nicht hier der Punkt auch, wo das Raumschiff landet dann? Ja. Okay. Hier landet auch der Laserbohrer. Ne, nicht der Laserbohrer. Das Raumschiff. Ach so. Evacuation. Okay, also möchtest du jetzt noch 5 Minuten hier bleiben? Ne, hier ist noch ein Auftrag. Ach, hier ist noch ein Auftrag. Na dann. Hat er jetzt nicht vor gehabt, es noch so lange hier zu bleiben? Öh. Unten. Unten drunter? Arsch, da wird hier. Hast du's? Jo. Okay. Weißt du, wo's hochgefahren wird? Ja. Gut, kannst. Und start. So. Ja. Oh. Oh, oh, oh. Alter. Oh, moin. Oh, ich bin in der Kuppel drin, ne? Entschuldigung. So. Komm ich jetzt hier wieder raus? Ja, du kannst rauslaufen einfach. Okay, nice. Kommt her. Oh, der. Ah ne, nur ein Wächter. Überhaupt nicht übertrieben oder so. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das sind viele. Hm. Ein paar. Boah, Alter. Oh Gott, hier ist ein Alpha oder irgendwas. Ich glaub, es ist nur ein Wächter. Nur ein Wächter. Okay. Nur ist gut. Nein. Duah. Ich hab auch weh. Ich lauf mal ganz kurz mal runter. Ja, zieh dich ein wenig zurück. Ich lass mich hier verfolgen. Äh. Ich mach erst mal seine kleinen Freunde weg. Ja, noch fünf Minuten. Äh, fünf Minuten. Fünf Minuten. Fünf Sekunden. So. Hier bin ich. Warte, ich penetriere den kurz. Ach, da ist noch einer. Cool. Ja, ja. Hallo, helf und so. Bla, bla, bla. Mh, hab ich auch. Uah, 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 uah. Den hast du noch? Das ist noch mal so ein Ding. Das ist ein großes, großes, böses. Oh, der hat schon die Hälfte an Energie weg, also. Jo, ist weg. Okay, drei Minuten. Ne, noch in fünf Sekunden kommt das Schiff. Okay. Ich hab da mal ein bisschen was hingestellt. Ja. Ja. Oh, darum. Ja. Ganz genau darum. Alles klar. Boah. 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 So, ausgeräumt. Nice. Boah. 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 Boah, da könnte ich mir jetzt auch nochmal, ach ja da hol ich dir auch noch was. Ja, stell ruhig dich hier ein bisschen was hin. Naja. Können Sie sich überlegen ob wir noch was machen? Naja, ich tät einsteigen eigentlich. Zwei Minuten? Ja, aber doch, können wir machen. Na, ehe wir jetzt noch irgendetwas riskieren. So, bin drin. Okay. Oh. Nice, dritter, dritter, vierter Platz, ne, oder? Ja, das weiß nicht so. Wir haben jetzt nicht viele Aufrege gemacht, aber ich finde, wir haben das recht, souverän gemacht. Ja, souverän. Ja, also das ist eigentlich, äh, ich würde das als Pro-Gaming auf neuem Leveln... Naja, ne, ne. Ne. Das ist noch nichts, nein? Ne, definitiv nicht. Okay. Erledige Laura... Leider nein, leider gar nicht. Ich habe erledige Laura, äh, Laura ja auch mit Pistolen. Erst einen von zehn, das ist doch kacke. Hm. War nur ein Laura, ein Laura, sag ich jetzt mal, ein Laura dabei gewesen. Echt? Ich hab, äh, neun von zehn. Neun von zehn hast du schon? Jo. Einer fehlt mir noch. Nein. Ja. Na gut, ich hab die dir gelassen, ne? Naaah. Ah, ich hab die dir da gelassen, das ist kein Problem. Ähm, apropos kein Problem. Ja, dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ja. Ich hoffe, für euch war das kein Problem. Hahaha. Wow. Eine Überleitung. Alter, ich geh kaputt. Eine Unterleitung. Unterableitung. 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 TheCycle. Dann kommt doch einfach in den Discord, entweder bei der Anne. Nein. Nein? Okay. Nein. Und dann viel Spaß mit uns vielleicht mal zusammen bei TheCycle. Und natürlich könnt ihr auch mit uns ein bisschen palabern, wenn wir Zeit haben, ne? Anne. Ja. Ja. Gut, danke, ciao. Tschüss. Unsere Berge.